Barbecue aus Rheinhessen heute wieder mit Metin Kales. Hi. Grüß dich Metin. Metin hat ein Buch geschrieben und aus diesem Buch zeigen wir euch heute, was... Ofenkartoffel Kumpiart. Ein vegetarisches Gericht, ob als Beilage oder als Hauptgericht. Wie Metin das gemacht hat, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei. So, hier haben wir jetzt die Zutaten, die wir für unser nächstes Rezept brauchen. Das sind Ofenkartoffeln Kumpiart. Exakt, das ist ein Sweet Food im Endeffekt aus der Türkei. Klassisch, gibt es schon ewig, wollte ich schon fast sagen, Jahrhunderte. Das sind mal Kartoffeln hier. Die habe ich vorgekocht übrigens. Also da auch wirklich ein bisschen Zeit mitbringen. Und ansonsten hat mich Metin also auf die Einkaufstour durch den türkischen Supermarkt geschickt. Und wie ihr seht, ich habe eigentlich zu den ganzen Laden mitgebracht. Also wir haben hier Tahin, das ist Sesampaste. Dann haben wir Kökelek, das ist ein Weichkäse. Ja, im Prinzip bröseliger Weichkäse ist das, ne? Exakt, ja. Genau. Und ansonsten haben wir hier jede Menge Gewürze. Wir haben Kumin, wir haben Kurkuma, wir haben Fenchel, wir haben Oregano, wir haben Sumac. Sumac, wer es nicht kennt, das ist ein leicht säuerliches... Das ist die Frucht vom Essigbaum. Genau, leicht säuerlich, ja. Den gibt es immer geräbelt, genauso wie auch zum Beispiel den Isot, das ist der fermentierte Paprika. Das sind so zwei Gewürze, die eigentlich standardmäßig in der türkischen Küche vorhanden sind. Ja, rote Zwiebeln mit Sumac, Leute, ich kann euch sagen, ist ein Knaller. Genial. So, und was haben wir denn noch? Also Estragon hatten wir gerade schon gesagt, Minze haben wir noch. Oh, hinter dem Granatapfel, Äpfelchen, haben wir noch Datteln. Ja? Ja, so, wir legen los, würde ich sagen. Ganz wichtig, wir haben ja hier noch Walnüsse und die Walnüsse, die sind so frisch, die sind nicht aus einer Packung, die sind aus der Schale. Und diese Schale werfen wir natürlich nicht weg, sondern die werden wir jetzt gleich zum Räuchern verwenden. Und ich glaube, damit geht es jetzt direkt los, ne? Ja, exakt. So, hier haben wir den Holzkohlegrill, ich klappe gerade mal hier den Rost hoch und dann geben wir da... Was hältst du davon, wenn ich die mal halbiere diesmal? Die Datteln? Darfst du sehr gerne tun? Achso, die müssen, doch, die müssen eh kleiner geschnitten werden. Und zwar geviertelt müssen die werden. Gut, derweil gebe ich hier schon mal die Walnusskerne rein, die Schale, setzen wir da drauf. Ihr seht, es fängt quasi sofort an zu rauchen, das ist gut, ich mache mal hier den Deckel zu. Die tue ich halbieren und am besten vielleicht sogar vierteln. Dann können wir es nämlich direkt so verwenden. Und dann ist die Oberfläche auch größer und smogt es auch mehr rein. Kriegen wir da ordentlich Raucharoma dran. Aber wichtig auch nochmal, dass die nicht zu lange smogen dürfen, weil die sonst dann entweder... Weil der Zucker karamellisiert und sie werden zu fester. Ja, exakt. Madre Dios, so, da geht was ab. Genial. Ich glaube, ich mache mal auf. Jawohl. Lecker, Mio. Ich schnappe mir schon mal hier die Datteln und haue die mal hier in das Gemüsegarkörbchen rein. Ja. Sekunde. Ich habe es auch gleich in den restlichen. So, die Datteln sind ja jetzt hier drauf. Unsere kleine Rauchmaschine hier. Und ich lege jetzt einfach die Kartoffeln, die waren vorgekocht, aber inzwischen bei den Außentemperaturen natürlich wieder ausgekühlt. Lege ich jetzt einfach schon mal mit auf den Grill, damit die wieder heiß werden. Das Ganze im indirekten Bereich oder sollen die direkt gegrillt werden, Metin? Die können auf jeden Fall direkt. Direkt. Also, ihr habt den Meister gehört. Und wir legen sie über die direkte Hitze, Deckel zu und weiter geht's. So, inzwischen ist es angefangen zu schneien. Ein Traum zu grillen, sage ich euch. Da sind unsere jetzt geräucherten Datteln. Die nehmen wir mal runter und geben sie hier in die Schüssel. Dann kann man hier im Endeffekt den Granatapfel. Sachte halbieren. Und dann gucken wir einfach, dass wir den in eine separate Schüssel ausklopfen. Ich nehme da einfach den Messerrücken und klopfe dann von außen auf die Schale. Da fliegen die Kerne. Da fallen die Kerne automatisch raus. Man kann natürlich auch einen Kochlöffel nehmen oder was anderes, Wettstahl oder wie auch immer. Ja, aber das scheint ja zu funktionieren, was du da machst. Das habe ich so noch nie gesehen, aber das funktioniert auf jeden Fall. Das funktioniert ja, auf jeden Fall. So, wir schauen mal gerade ganz kurz nach den Kartoffeln. Die kriegen jetzt schon... Ja, es hat nicht erwähnt, dass es schneit. Unfassbar. So, jetzt habe ich hier meine kleine gusseiserne Pfanne. Hier drüben haben wir ja auch einen Kohlekorb. Und da haben wir jetzt hier die Walnüsse, die wir ja gerade eben frisch geknackt haben. Die wandern jetzt hier in die Gusspfanne rein und werden darin geröstet, während hier drüben auf der Seite die Kartoffeln weiter heiß werden, beziehungsweise heiß sind. Dann hier einfach die Blätter vom Estragon etwas abzupfen und dann die Minze ebenfalls die Blätter zupfen und dann beides jeweils in kleine Stücke zupfen oder schneiden, wie ihr mögt. Und dann habt ihr praktisch relativ einfach die Kräuter am Start. So, hier einfach in kleine Stücke dazu zupfen. Man kann es auch nochmal kurz ein bisschen andrücken oder ja, dann entfalten sich die ätherischen Öle besser. Und dasselbe eben mit der Minze. Zack, die Blätter weg. Und hier aufheben. Ebenfalls, das reicht, so eine halbe Handvoll Blätter. Und dann einfach so in Stücken, ebenfalls hier zu den Datteln dazu. Dann machen wir da den Granatapfel dazu. So, jetzt, so wie es ist, tun wir es erst salzen. Und etwas zuckern. Und lassen es mal ein paar Minuten so einwirken. Dadurch entfalten sich die Aromen besser und schmeckt besser. Und man hat mehr Spaß dabei beim Essen, weil es einfach intensiver schmeckt. So, dann die Walnüsse rein und vermengen. So, dann haben wir praktisch die Grundfüllung fertig, die jetzt noch... Jetzt guckt quasi die Soße. Genau, die Soße. Kommt jetzt noch. Mit dem Tahin. So, Tahin, das ist eine Sesampaste. Genau. So, da haben wir zwei Löffelchen. So. Was kann man die ja noch gut verwenden? Man könnte zum Beispiel Traum-Sirup nehmen und Tahin. Und das glattrühren als Soße für zum Beispiel eine Gries-Schnitte. Okay. Das ist sensationell. Dann noch ein paar marinierte Himbeeren dazu und ein schönes Zitronen-Joghurt-Schmand. Okay. Das ist perfekt. Zum Beispiel. Oder man kann das auch bei Auberginen verwenden. Oder beim Hummus. Leute, ihr werdet es nicht glauben, inzwischen ist es ein Schneegestöber hier. Das ist nicht mehr zu... Ein Mädchen ist eigentlich... Der hat eine schwarze Kochjacke an, die ist gleich weiß. Ja, ja, ja. Aber sowas schon. Durchgefroren. Ja, das auch. So, jetzt haben wir praktisch Sesamöl rein, Olivenöl rein. Tahin ist auch drin. Mhm. Jetzt könnten wir mal einmal... Durchrühren. Durchrühren, exakt. So. Und dann machen wir die Gewürze noch dran. Und ihr seht, das wird eine schöne Marinade für unsere Füllung. So, dann die Gewürze. Hier haben wir Sumac. Hat eine feine Säure. Die Frucht vom Essigbaum. Nicht so oliver viel. Dann Oregano. Da darf man ruhig ein bisschen... Ja. In der griechischen Küche wird das ja vorwiegend verwendet. Der gute Oregano. Fenchel. Frisch gemörsert. Vom... Ja. Jan. Da können wir auch alles reintun. Gib ihm richtig. Richtig. So. Bäh. Wer kennt Kreuzkümmel? Wer mag's? Ja, ich mag's nicht. Alter, ist das am Schneiden. Das ist nicht normal. Das fegt hier einem um die Ohren. Und man müsste echt mal hier so ein... Äh... Take-off oder so einfach mal ein Foto machen, wie es hier ausschaut. Mit dem guten Schnee. So. Das war's. Wo ist der Kükeleck? Tschökeleck. Also überall, wo ein C steht, mit einem Akzent Tegü, also so ein Häkchen unten drunter, wird ausgesprochen wie T-S-C-H. Okay, also Tschö... Also so ein C mit einem Häkchen unten drunter, T-S-C-H. Und ein S mit einem Häkchen unten drunter wird einfach ausgesprochen wie ein S-C-H. Okay. Also wenn du Seker irgendwo siehst oder so, dann ist das Zucker. Aber wird Szecker ausgesprochen. Okay. Guck mal, und dann hast du hier, siehst du das hier? Äkchi? Ja. S mit einem Häkchen drunter. Ja, ja, ja. Also, der Tschökeleck. Auch wenn wir die jetzt gerade hier gar nicht verwenden, dem Rezept, weil wir die ganzen Gewürze uns hier, ähm, ja, einzeln zusammensuchen. Ja. Können wir mal kurz erwähnen, das sind Metin's, also Metin hat eigene Gewürze, die könnt ihr bei Bo's Food bestellen. Äh, geht einfach mal zu Bo's Food auf die Seite, ähm, da findet ihr dann, äh, Sofra de Sol, ähm, da findet ihr Metins Gewürze. Ja, die... Für die, ja, für den osmanischen Einschlag in eurer Küche sozusagen, ne? Unbedingt. Mal ausprobieren. Die, äh, Gewürze sind wirklich lecker. Ich hab da auch, äh, wieder drei neue. Die ist dann auch, äh, mit einem Kaffeegewürz, einem Oregano, echte Oregano Knospen, beziehungsweise Balls hab ich da. Und einem scharfen Gewürz, wie beim Döner. Wenn ihr beim Döner-Mann sagt, gib mir mal das scharfe. Aber mit einer kleinen Kaffee- und Summa-Note drin. Okay. Ja, die mussten wir wirklich, die mussten wir mal echt auf den Döner packen. Schmeckt sehr gut. So, dann haben wir alles drin und unsere Füllung ist ready to serve. Sehr gut. Ich glaube, die Kartoffeln sind nämlich auch bald soweit. Ja, genau, genau, genau. Die machen wir jetzt raus. So, unsere Kartoffeln sind soweit und ehe sie jetzt in den Grill reinschneiden, schnappe ich mir mal die Kartoffeln und leg sie schon mal hier aufs Brett. So, dann richten wir mal an. Ja. Jetzt richte mal was an, Metin. Ja, die meisten sagen, es ist angerichtet. Aber wir machen jetzt erstmal hier einen Schnitt. So. Und dann geht es einfach da drauf, dass wir hier mal ein bisschen aufdrücken. so. Ihr seht, die Kartoffel ist schön weich. Dann gehe ich her und einfach ein bisschen zusammendrücken. So. 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 Gibt es so einen richtigen, fast wie ein Brei. Wird auch klassisch in der Türkei auch so gemacht. Die verwenden sogar noch eine Flocke, äh, ähm, wie heißt, Butter. So. Ja. Dann gibt es einen schönen, äh, Kartoffelbrei da drin. Aber, ich will jetzt hier einfach noch ein bisschen von dem Käse rein machen. Und dann kommt die Füllung schon oben drauf. Der Käse gibt nochmal Geschmack. Der schmilzt dann da hin. Und, äh, ja, hat auch einen aromatischen Geschmack. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr den habt. Ja. Haut sich da richtig durch die Kartoffel durch. So. Mega. 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 Genial. Ist noch nicht vollendet jetzt. Dafür aber gleich. So. Dann die Füllung drauf. So. Kommt die schöne Füllung oben drauf. Das ist eine richtig gute Portion. Das ist tatsächlich eine gute Portion, meine Herren. In jedem Fall wird hierbei jeder satt, würde ich mal sagen. Für die Vegetarier unter euch, das ist wohl eine Hauptmahlzeit hier. Meine Herren. Ja, ja, ja. Es schaut sau stark aus, Metin. Ja, genial. Freut mich. Ja, Leute. Im tiefsten Schneegestöber. Und es ist echt sacke kalt. Metin, sehr zum Wohl. Ebenfalls. Euch auch. Ofenkartoffel Kumpiart. Ich bin ganz ehrlich, ich kann die Geschmack gerade noch nicht zuordnen. Die Dattel habe ich. Die Granatafel habe ich auch. Die Gewürze. Das Geschmeidige vom Tschirkelig. Der Tschirkelig, das ist eben das. Ich habe den noch nie vorher gegessen. Deswegen kann ich aber diesen Geschmack. Aber wir haben ja noch. Wir haben ja noch. Genug. Ganz ehrlich. Das ist eine. Also ich sage jetzt mal für den, für den deutschen Gaumen ist das Achterbahn. Das ist echt Achterbahn. Also ich steig nochmal ein. Vollgas. So. Eine Kartoffel. Macht das Ganze nochmal richtig. Gut. Eine gescheite. Ich habe Kartoffeln noch nie so gegessen. Ja. Leute. Das freut mich. Ernst ehrlich. Es ist was völlig anderes. Es lässt sich einfach jetzt auch wirklich schwer beschreiben. Über die Süße von den Datteln, die leicht angeräuchert sind. Der Schnee, der einem ins Gesicht bläst. Nein. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Es ist Kartoffeln. So habe ich noch nie Kartoffeln gegessen. Das ist tatsächlich eine Sache, die man so machen kann und sollte. Ganz einfach auch. Ja. Es sind schon ein paar Zutaten, aber es ist einfach mal was anderes. Und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Falls ihr Bock auf mehr andere Rezepte habt, Mädchen hat ein Buch geschrieben. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Türkisch Grillen heißt es, gell? Exakt. Und da sind jede Menge Rezepte drin und schaut euch das gerne an. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, da unten habt ihr die Möglichkeit, gerne auf kostenfreier Ehrengriller-Basis das zu ändern. Alleine schon unseren Einsatz mal zu würdigen, dass wir hier uns den Arsch abgefunden haben. In der Tat. Leute. Wahnsinn. Vollgas. Ja. Instagram. Metin ist bei Instagram. Metin-Karles. Instagram. Barbecue aus Rheinhessen. Auch sehr gerne vorbeischauen. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut euch auf jeden Fall das Buch von Mädchen an. Unbedingt. Ich brauche jetzt einen heißen Kaffee. Macht's gut. Euer Jon von Barbecue aus Rheinhessen und Metin-Karles. Bis dann. Rock the roll. Ciao. Jawohl. Tschüss. Binge mit 9,2. Binge mit 9,3. Binge mit 8,3. Binge mit 9,3. Tension. Binge mit 9,4.